Vor einigen Jahren war ich Elternbeirätin an dieser Schule, als meine Kinder noch zum Goethe-Gymnasium gingen. Damals zeichnete sich schon ein Sanierungsbedarf an den Gebäuden ab. Heute möchte ich mich für euch einsetzen, dass die Sporthalle saniert wird und ihr dort eine tolle Umgebung vorfindet zum Sporttreiben. Dazu gehören auch mehr Stellplätze für eure Fahrräder, die modern und sicher sind. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auf das Dach eine Solaranlage anbringt, über die dann die Beleuchtung erfolgen könnte. Außerdem gäbe es die Möglichkeit, Anschlüsse für E-Bikes zu schaffen. Wofür ich mich auch einsetzen werde, sind sichere Schulwege. Man sieht hier die Unterführung, die das Bürkle Bleiche, Körmersreute und Wasser mit mehreren Schulen hier in dem rückwärtigen Bereich verbindet. Es ist wichtig, dass diese ausgebaut wird, denn sie ist nicht sicher genug. Oftmals gab es hier schon Unfälle. Das soll in Zukunft nicht mehr sein. Ich werde bei der Deutschen Bahn vorstellig werden und deutlich machen, wie dringlich es für uns als Stadt ist, dass diese Unterführung ausgebaut wird. Findet ihr das auch so wichtig wie ich? Dann schreibt mir das in die Kommentare.